Die britischen Royals sorgen täglich für Unterhaltung. Doch wie ist es für die königliche Familie zu arbeiten? Mehrere hundert Angestellte arbeiten für die Queen und täglich gibt es neue Stellenausschreibungen von The Firm. Alicia Healy war eine der Angestellten am Buckingham Palace. In einem Artikel für The Telegraph berichtet Alicia von ihrer Erfahrung. Die Kunsthistorikerin hatte nach ihrem Studium einen Job gesucht und fing auf Schloss Balmoral als traditionelles Hausmädchen an. Sie bezeichnet ihre Zeit dort als Zeitreise, nicht nur wegen der historischen Gebäude, sondern auch wegen ihrer Aufgaben. Sie erinnere sich gerne an diese außergewöhnlichen vier Jahre zurück und habe sogar Feierlichkeiten und Bälle besuchen dürfen. Ein absolut besonderer Moment in ihrer Zeit mit der Royal Family sei ein Tanz mit dem im April verstorbenen Prinz Philip gewesen. Heute inspiriert Alicia rund 65.000 Follower auf Instagram mit Outfits und Styles, die von den Royals inspiriert sind. im Jungs an ểm Untertitelung des ZDF, 2020